Einen Tag nach der Amtseinführung von Taiwans neuen Präsidenten setzt China seine Militärübungen fort. Rund um die Insel positionierten sich chinesische Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge. Man probe die Machtübernahme und die Kontrolle von Schlüsselgebieten, sagte Chinas Militärsprecher. Ein Außenamtssprecher äußerte sich martialisch und sagte, das Blut der Unabhängigkeitskräfte werde fließen, ihre Schädel zerbrechen. Das Manöver ist laut China eine Reaktion auf die Antrittsrede von Taiwans neuen Präsidenten, die China als Bekenntnis zur Unabhängigkeit sieht. Taiwan hatte sich am Ende eines Bürgerkriegs vor 75 Jahren von der chinesischen Volksrepublik abgespalten. Heute ist es eine demokratische Republik, die von den USA protegiert wird. Peking betrachtet die Insel mit 23 Millionen Einwohnern aber als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll, notfalls mit militärischer Gewalt. Peking betrachtet die Insel mit 23 Millionen Einwohnern aber als Abhängigkeitskräfte. killed Einwohnern Good